Ich heiße Sasuke Uchiwa. Uchiwa? Ich heiße Sasuke Uchiwa. Oh mein Gott, Leute. Du bist schon tot. Ihr könnt denken über mich, was ihr wollt. Aber das war kreativ, okay? Das war kreativ auf Wuschbesch... Friends! Das war das Intro. Friends! Was geht ab? Ich hab das Gefühl, ich hab diese Videos seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich hab euch wirklich vermisst. Ich hab das V-Wort benutzt, okay? Vermisst. Ich war in Kur. Ich hatte da ein paar Probleme mit den Dingen, die wir gesehen haben, okay? Ich musste verarbeiten. Es ist verarbeitet und ich bin wieder zurück. Ja, dankeschön. Entspannt euch alle. Setzt euch wieder hin. Doch, Chantal, setzt sich auf. Janett, setzt dich hab ich gesagt. Weil ich alte Burgi-Figur so lange weg war, hab ich überlegt, wir machen das geilste Format direkt als Erster. Und zwar Anime in verschiedenen Sprachen. Für die Leute, die meinen Kanal kennen, für die Leute, die mich persönlich kennen, die mich kennengelernt haben auf der Beerdigung von Show, die wissen, ich liebe dieses Format Anime in verschiedenen Sprachen, okay? Der vergleicht wir nämlich Anime in verschiedenen Sprachen. Ach was! Freunde, das Coolste ist, wir haben heute einen Sponsor am Start, der wirklich meinem Geschmack entspricht. Meine lieben Freunde von Sugar Gang haben mich hier versorgt mit leckeren Süßigkeiten all over the world. Snacks aus Japan, Amerika, überall wirklich. Sugar Gang ist die Seite, wenn ihr wirklich Süßigkeiten aus aller Welt braucht. Ich werd mir während des Videos ein Padafon genüsslich reinbuttern und wie gesagt, könnt ihr auch gerne Sugar Gang abchecken. Deren Seite ist in der Beschreibung verlinkt und jetzt würde ich sagen, let's bring it! Alright, jeder kennt es. Aber ich hab so Bock. Japanisch, Japanisch. Du sagst mir nicht, das gibt's auf Deutsch. Bitte sag mir Gott, das gibt's nicht auf Deutsch. Englisch, okay? Aber nicht Deutsch. You're already dead. Nein, man. Was ist alles? Du le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ich liebe es! Die Froschenkel mit oder ohne Knobloch. Du le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ich liebe es! Ich liebe es! Arabisch? Du bist schon tot. Das war niemals Deutsch. Das war Google-Übersetzer. Das war originer Google-Übersetzer. Das war nicht Deutsch. Bruder, sogar der verdammte Froschenkel-Typ war besser als das! Der Araber hat zumindest noch ein bisschen Liebe reingestellt, ein bisschen Emotion. Ja okay, dafür sind wir bekannt. Liebe und Emotion. Der Franzose Der Araber einfach nur dieses Pokémon-Introof-Arabisch. Und der Deutsche. Der Deutsche einfach nur... Finanzamt. Du bist schon tot. Das ist doch nicht echt! Du bist schon tot! Ui Midori! Ich nehme mir gerade so vor wie mein Papa in diesem einen Video, wo er mich erwischt hat bei diesem besonderen Anime. So in mein Zimmer reinkommt und anstatt dieser sich... Schlage dich! Du bist schon mein Sohn! Stattdessen so... Sakura! Du bist schon tot! Du bist schon tot! Oh! My Hero Academia, wer? United Star! Bruh, wie machen das die Japaner? Ooooooh! Was frühstückt nie! Das war eine 8 von 10, ich schwöre. Ne, 9 von 10. Englisch. United! United States of Smash! Das bin ich aufm Klo. Okay, das ist eine 6. Oh nein, okay. Reicht zusammen. Adieu! Bleib stark, Bro. Bleib stark, Kuro. United States of Smash! Das war Deutsch! Du bist tot! Stell dir mal vor! Oh mein, so mitten in dem Schlag so... Aaaaaaah! Du bist tot! Das ist deutscher Synchro, wie ich sie kenne und liebe. 8,5 von 10. Freunde, mein Gefühl sagt mir gleich, ich werde so richtig krank. Doch bevor es richtig krank wird... Schlagt zu bei den leckeren Sweets und Süßigkeiten von Sugar Gang! Kiki, Koko, Kusi, Kit und Sunny bilden die Sugar Gang. Ein mit Liebe aufgezogenes Projekt aus Deutschland, das euch internationale Süßigkeiten und Snacks günstig, schnell und vor allem fresh direkt nach Hause bringt. Ganz egal, ob japanische Süßigkeiten wie leckere Pockis oder Pikachu-Kekse, Sugar Gang hat wirklich für jeden was dabei. Hier sehen wir einen Kuro, der zum ersten Mal in seinem Leben einen amerikanischen Twinkie probiert und es liebt. Auf ihrer Seite gibt es eine große Auswahl an Sweets und was ich persönlich empfehlen kann, ist ihre Mystery Box mit einer exklusiven Auswahl an Candies aus aller Welt. Checkt jetzt ihre Seite ab und spart mit dem Rabattcode KURONO10 10% auf eure Candy-Bestellung. Lasst euch schmecken! Okay, wenn das nicht schon episch war... Nein, Jujutsu Kaisen. Oh mein Gott, okay. Ich muss mich konzentrieren lassen. Ich bin so krank, dass es so... Ich kann keine Worte finden. 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 Jesus, beschützen mich. 10 von 10. 10 von 10. 11. 11 von 10. Die gehört mir eine Frau. Ich finde halt keinen Sinn dahinter. Ich bin so tief in meinem Kopf, dass es fast alles, was ich gesagt habe, fühle wie ein Lied. Ich habe nichts gespürt. Ich bin leer. Ich habe... Ich empfinde keine Liebe. Bevor ich das gesehen habe. 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 Französisch! 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 Das war gut. Ich schwöre, das ist sogar gut. Oh, die Scheiße. Dieser Croissant schmeckt richtig lecker. Das war sieben, das war sieben. Deutsch, komm! Komm! Die Worte, die aus meinem tiefsten Inneren hervorsprudelten, ließen alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gesagt hatte, wie Lügen erscheinen. Ja! Ich werde dich in Stücke reißen. Ja! Ich bin ehrlich, am Anfang war ich hart. Am Anfang, ich bin ehrlich, am Anfang war ich hart. Aber der Banshee wurde schnell zum... Dieser Schmerz, dieser verdammte... Der hat mir gefehlt. Der Franzose! Zeit ist mir auch du das zu sagen. Er hat es am besten geliefert. Er hat am besten geliefert. Der Franzose hat einfach geliefert. Der stand auf der Spitze des Eiffelturms und hat einfach die Stadt gesehen und gewusst. Bonjour, ça va mieux? Ça va mieux! Wenn ich schon in Deutschland keine Synchronrolle kriege. Ey, vielleicht in Frankreich. Scheiß auf, Freunde! Wir gönnen uns jetzt die Zuckerwatte in der Tüte. Ich wollte schon die ganze Woche wissen, wie das schmeckt. Ich schwöre. Oh mein Gott! Ohne Scheiß. Das ist lecker. Sugar Gang. Sugar Gang. Ich bin Sasuke Uchiha. Oh Nei. I'm Sasuke Uchiha. norutHA! Sasuke Uchiha. Ah! Hat der Sasuke Uchiha gesagt. Entweder sie verkackten es komplett, unter die zerreißen es komplett. Sasuke Uchiha. Uchiha! Rappel Sasuke Uchiwa. Oh mein Gott, Leier. Im Kaputtmachen seid ihr echt nicht schmäch. What the fuck ist gerade passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kenne ich gar nicht. Mein Gott, Deutsch war gerade das Hundertfache davon. Was auch immer das für eine Szene ist. Aber Deutsch war 10 von 10. Das war eine 6 von 10. Das war einfach gerade nur ein Salsa-Tanz. Das ist ein brasilianischer Salsa-Tanz. Das war eine 6. Er hat irgendwas mit Alu gesagt. Alu, Ak, irgendwas. Ich bin ein bisschen Sass. Diese Szene, was ist das? Oh, Etegontheit, Freunde. Etegontheit. Okay, okay, das ist spannend. Das ist die Königsvisiplin. Rosano? Nani? Okay, okay. Emotionen an, Emotionen an. Fühlst du? Oh, der Schmerz. 9, 9. 7 von 10, italienisch. 6,5 von 10 und einmal die Pizza italiani, bitte. Danke, ohne süß, ohne süß, ohne süß, ohne süß, sauer. Das lauer ich. Das ist Leute. Das ist dieser Welt. Tsch, sag ich dir. Erin, was hast du? Erin. Oh, ich liebe Abendstimme. Vertreiben und ausrocknen. Das schwöre ich. Jeden Einzelnen von Ihnen. Jetzt fragt ihr euch, Kuro, du kannst es auch nicht besser. Ich kann es auch nicht besser. Guck mich an, ich sitze hier mit Süßigkeiten von Sugar Gang. Ich stoppe mir Sachen in meinen Mund. Ich stoppe mir Sachen in mein Gesicht und ich bin stolz drauf, okay? Hör mal mit Japanisch rein. Hör mal kurz bei Japanisch rein, okay? Diese Emotion, die er hat, dieses... Dieser Schmerz, als hätte er gerade... Als hätte jemand seinen letzten Schokoriegel aufgegessen. Das ist in ihn drin, dieses in ihn. Das ist, was ich so geil finde. Und ich kenne nur einen deutschen Sprecher, der es nur ansatzweise gut hinbekommen hat, diese Emotion rauszulassen. Sein Name ist ein Mythos. Sein Ruf, eine Legende. Hier eine Szene, wo er mitgesprochen hat. Ey, du fett Arsch! Meine Arme sind wir heilig! Das war echt keine Absicht. Dann pass doch auf, wo du deine fetten Wurstkrabbel hintust. Ja, okay, das war ich. Ey, aber die Szene war Gold, okay? Die Szene war Gold. Das war eine Emotion, so richtige... Emotion! Wollt ihr einen haben? Wenn ihr euch einen weiteren Teil wünscht, dann schreibt es in die Kommentare und lasst es mich wissen. Vielleicht lasst ihr noch ein Däumchen da. Dieser YouTuber-Scheiße. Vielleicht ist auch ein Däumchen da. Und vergesst natürlich nicht, unseren Partner Sugar Gang abzuchecken, die mir wirklich heute sehr geholfen haben, dieses Chaos zu überstehen. Wie gesagt, Süßigkeiten aus aller Welt ist super, super lecker. Mit dem Rabatt-Code Cure nur 10 bekommt ihr 10% Rabatt. Also stürzt euch auf deren Seite, gönnt euch Süßigkeiten aller Sorte. Hat Spaß damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt eure Notizchen auf. Bis dann! Ich vermisse es weiter.